Ich hatte jemanden durchs Internet kennen, der vorgab, sadist zu sein. Aber als ich ihn bat, mich mit einem scharfen Messer zu schneiden, weißt du, was er da gesagt hat? Wenn ich das tue, dann blutest du doch! Was für ein Idiot! Ich war so enttäuscht! Ich hatte gehofft, dass er kleine Stücke von mir abschneiden würde. Schupp, 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 schupp! Mich richtig zerstückeln! Mich mit einem Messer tranchieren! Ich will keine Gnade! Ich will leiden! Ich will schreien und mich wehren! Während ich grundlos geschlagen werde! Von jemandem, der keine Gefühle hat! Kein Vertrauen! Kein Interesse! Kein sexuelles Verlangen! Ich will, dass er meine Zähnen abschneidet! Dann meine Füße aus! Und sich weiter nach dem Vorarbeitet! Dann, kurz bevor er mir ins Herz sticht, möchte ich ihm sagen, in völliger Bezweiflung, dass es bald vorbei sein wird! Hast du schon einen Ständer? Und sich da auf dem eles Dass du sie sicherer tahniart hast, wenn man einen St diversion für den Monat sehen. Und sich jetzt mal번ikle, dass Sie oder so weiter wurden? Und das ist so, bis likite. Ihr apost ging denn? Astras, BöJA, Ich muss dir nicht leid tun. Ich wollte nämlich, dass du mich auch vergewaltigst. Ich sagte, dass du es mir auch ganz langsam besorgst. Was ist denn? Was hast du? Ich werde sie in Stücke schneiden. Nein? Nein, warte. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hübe mich und mach mich zu deiner Freundin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.